Nachdenkseiten Die kritische Website Whistleblower Der OPCW-Bericht zum angeblichen Giftgasangriff in Duma entspricht nicht der Wahrheit. Von Karin Leukefeld Verantwortlich Redaktion Ein angeblicher Giftgasangriff der syrischen Armee wurde im April 2018 als Begründung für einen massiven Militärschlag der USA, Großbritanniens und Frankreichs herangezogen. Schon unmittelbar nach dem Vorfall gab es erhebliche Zweifel an der Giftgasthese. Diese Zweifel wurden jedoch von Medien und Politik unter Verweis auf einen Bericht der OPCW vom Tisch gefegt. Dieser Bericht ist jedoch selbst innerhalb der OPCW höchst umstritten. Karin Leukefeld hatte die Gelegenheit, für die Nachdenkseiten an einem Forum teilzunehmen, auf dem nun ein Whistleblower aus dem Untersuchungsteam der OPCW dem Bericht der Organisation massiv widerspricht. Am 14. April 2018 griffen die USA, Großbritannien und Frankreich in einer koordinierten Operation Syrien an. Die neuesten Raketen wurden von U-Booten, Schiffen, Flugzeugen auf Ziele in Syrien abgeschossen. Bei Holmes sei dabei nach US-Angaben auch eine angebliche Lagerstätte für Sarin zerstört worden. Wäre das der Fall gewesen, wären weite Teile der zentralsyrischen Provinz verseucht worden. Die drei westlichen Vetomächte des UN-Sicherheitsrates begründeten den Angriff mit einem angeblichen Chemiewaffenangriff eine Woche zuvor, in Duma am 7. April 2018. Sie übernahmen Vorwürfe der bewaffneten Gruppen, Armee des Islam, der Weißhelme und anderer Oppositioneller, die umgehend die syrische Armee beschuldigt hatten. Obwohl Syrien und Russland die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen, Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, um die Entsendung eines Inspektorenteams gebeten hatten, um die Vorwürfe zu überprüfen, starteten die USA, Großbritannien und Frankreich ihren Präzisionsschlag zur Vergeltung, ohne einen Beschluss des UN-Sicherheitsrates. Das OPCW-Team befand sich zu dem Zeitpunkt in Beirut. Die syrische Luftabwehr habe 71 von 103 Cruise Missiles, Marschflugkörper, abgeschossen. Der Angriff der drei westlichen Atommächte hätte eine Reaktion Russlands auslösen können. Die Welt stand nicht zum ersten Mal in der Region vor einem Krieg zwischen Atommächten. Die Fact-Finding-Mission Am 1. März 2019 veröffentlichte die Organisation zum Schutz von Chemiewaffen, OPCW, den Abschlussbericht der Fact-Finding-Mission, FFM, die herausfinden sollte, ob in Duma, einem östlichen Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus, am 7.04.2018 giftige Chemikalien als Waffe eingesetzt worden waren. In der Zusammenfassung des Berichts hieß es unter Punkt 2.17, Zitat, Hinsichtlich des angeblichen Einsatzes von giftigen Chemikalien als Waffe am 7. April 2018 in Duma, syrische Arabische Republik, haben die Auswertung und die Analyse aller Informationen, die von der FFM, d.h. Fact-Finding-Mission, zusammengetragen wurden, Aussagen von Zeugen, Analyseergebnisse von Umwelt- und biomedizinischen Proben, toxikologische und ballistische Analysen von Experten, zusätzliche digitale Informationen von Zeugen, ausreichende Begründungen erbracht, dass eine giftige chemische Substanz als Waffe eingesetzt wurde. Diese giftige chemische Substanz enthielt reaktives Chlor. Die giftige Chemikalie war vermutlich molekulares Chlor. Zitat Ende. Diese Darstellung entspricht nicht der Wahrheit, sagte nun eine Quelle aus dem Duma-Untersuchungsteam der OPCW. Die Quelle, die an den Untersuchungen in Duma, Syrien beteiligt war, traf sich am 15. August in Brüssel mit einem kleinen Kreis von Personen aus vier Ländern, um über das regelwidrige, unethische und betrügerische Verhalten der OCPW gegenüber dem Untersuchungsteam und auch der internationalen Öffentlichkeit zu sprechen. Eingeladen hatte die Courage-Stiftung, die Whistleblower wie Julian Assange und Edward Snowden unterstützt. Anwesend waren der Völkerrechtsprofessor Richard Fogg von 2008 bis 2014 UN-Sonderberichterstatter für die Situation der Menschenrechte in den seit 1967 besetzten palästinensischen Autonomiegebieten. Der pensionierte britische Generalmajor John Holmes, Elizabeth Murray, ehemalige US-Geheimdienstoffiziere Nahost, der Mainzer Professor Günther Mayer, der Arzt Helmut Lohrer vom Vorstand der IPPNW, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges und Christine Rafsonson, Chefredakteur von Wikileaks. Wenige Journalisten, darunter auch die Autoren nahmen an dem Treffen als Beobachter teil. Die Quelle Alex erwies sich als eine Person mit langjähriger Berufserfahrung innerhalb der OPCW-Untersuchungsteams, spezialisiert im Bereich Produktion und Analyse chemischer Waffen. Bei der OPCW-Mission, die im April 2018 den angeblichen Angriff mit giftigen Chemikalien in der Stadt Duma bei Damaskus am 7.04.2018 untersuchen sollte, hatte Alex eine führende Position. Seien Sie unsere Stimme, warnte Alex sich an den kleinen Kreis, der aufmerksam zuhörte und im Laufe des Tages unzählige Fragen stellte. Die an der Duma-Untersuchung beteiligten seien Wissenschaftler, sie wollten ihre Untersuchungsergebnisse gewürdigt wissen, diskutieren, gegebenenfalls korrigieren, doch man müsse sie hören, so die Quelle. Sie wollten nicht der Organisation schaden, sondern vielmehr vollständige Transparenz aller Untersuchungen erreichen, so wolle es die Chemiewaffenkonvention. Man wolle eine Klärung innerhalb der OPCW, die bisher unterbunden worden sei. Abweichende Beobachtungen des Duma-Untersuchungsteams sollten in einem angemessenen Rahmen der Versammlung der Vertragsstaaten der Chemiewaffenkonvention gehört werden. Die ganztägige Präsentation der Quelle Alex klärte über die Struktur der Fact-Finding-Mission FFM auf. Ausführlich erläutert wurden die zentralen Elemente aller OPCW-Untersuchungen, die aus dem Sichern von Proben, Ballistik, Toxikologie und der Dokumentation von Augenzeugenberichten bestehen. Anhand von öffentlich zugänglichem Foto- und Bildmaterial, sogenannten Open Sources, offene Quellen, wurden die Lage in Duma, die Vorgehensweise des Untersuchungsteams und die Ergebnisse dargestellt. In einem zweiten Informationsblock schilderte die Quelle Alex Ereignisse vor, während und nach der Mission. Die Fact-Finding-Mission FFM wurde 2014 innerhalb der OPCW eigens für Untersuchungen in Syrien gegründet. Jenseits der üblichen OPCW-Untersuchungsteams gilt für sie eine gesonderte Struktur. Die FFM ist unterteilt in zwei Kernteams. Das Alpha-Team ist zuständig für die syrische Regierung, das Beta-Team für die Rebellen. Während bei der Arbeit der normalen OPCW-Untersuchungsteams verschiedene OPCW-Abteilungen quasi als korrektiv einbezogen werden können, untersteht die FFM direkt der OPCW-Spitze, dem Generaldirektor, dem Kabinettschef und dem Leiter der Fact-Finding-Mission. Der angebliche Chemiewaffenangriff in Duma ereignete sich am 07.04.2018. Schon erste Berichte der Opposition, Open Sources, beschuldigten die syrischen Streitkräfte. Diese Darstellung wurde rasch von westlichen Staaten übernommen und mit Vergeltung gedroht. Die syrische Regierung und auch der russische OPCW-Vertreter beantragten eine OPCW-Untersuchungsmission, die bewilligt wurde. Am 14. April traf das FFM-Team, dem die Quelle Alex angehörte, in Beirut ein. Ihre Fahrt nach Damaskus wurde gestoppt, weil die USA, Großbritannien und Frankreich einen groß angelegten Luftangriff auf Syrien gestartet hatten. Danach verzögerten sich die Untersuchungen vor Ort wegen der prekären Sicherheitslage in Duma. Der erste Zwischenbericht wurde am 06.07.2018 veröffentlicht, der Abschlussbericht am 01.03.2019. Nach der Rückkehr nach Den Haag, so die Quelle Alex, seien alle Proben an zwei verschiedene Labors geschickt worden. Das Untersuchungsteam sei vom Generaldirektor aufgefordert worden, zügig einen Zwischenbericht vorzulegen. Dann sei lange nichts geschehen. Der Quelle wurde klar, dass das Duma-Untersuchungsteam tatsächlich von der folgenden Arbeit ausgeschlossen wurde. Der bereits vorbereitete Zwischenbericht sei ignoriert worden. Stattdessen tauchte ein Zwischenbericht auf, der nicht von denjenigen verfasst worden sei, die an der Untersuchung in Duma persönlich teilgenommen hätten, so die Quelle. Interne E-Mails, Austausch von Texten und Berichtsentwürfen, die die Quelle zeigte, bestätigten das. Die ursprünglichen Teilnehmer der Duma-Untersuchung versuchten, ihre abweichenden Erkenntnisse und Analysen in den Zwischenbericht einfügen zu lassen, vergeblich. Die Darstellung abweichender Beobachtungen und Bewertungen zum offiziell vorgelegten Bericht wurde den Inspektoren der Duma-Mission nicht gewährt, obwohl dieses Recht den Inspektoren gemäß der Chemiewaffenkonvention zusteht. Chemische Analyse und Toxikologie Ausführlich ging die Quelle Alex auf chemische und toxikologische Untersuchungen ein. So fanden sich weder an den biomedizinischen noch an den Umweltproben Spuren von relevanten Chemikalien. Die eigentlich relevanten Untersuchungsergebnisse der Inspektoren wurden weder im Zwischen noch im Abschlussbericht aufgenommen. Bleichmittel, wie im Zwischen- und Abschlussbericht erwähnt, wurde demnach vom Inspektorenteam gar nicht gesucht. Chlorhaltige Chemikalien, die in Holzproben gefunden wurden, deuten auf Konservierungsmittel für eben dieses Holz, für Wasser und Lebensmittel hin. Proben der natürlichen Umwelt, um den natürlichen Gehalt solcher Stoffe festzustellen, wurden allerdings nicht genommen, damit fehlen Vergleichswerte. Die in Proben gefundenen chlorierten organischen Chemikalien lagen um ein Vielfaches unter der Menge, die in der natürlichen Umwelt, beispielsweise im Wasser, vorkommen. Dieses Laborergebnis, das Ende Juni vorlag, ist in keinem der beiden Berichte zu finden. Stattdessen heißt es, es seien ausreichende Begründungen erbracht worden, wonach eine giftige chemische Substanz als Waffe eingesetzt wurde. Diese giftige chemische Substanz enthielt reaktives Chlor. Die giftige Chemikalie war vermutlich molekulares Chlor. Mit anderen Worten, ein rauchender Colt sei gefunden worden, was auch unmittelbar von internationalen Medien so verbreitet wurde. Tatsächlich aber, so die Quelle Alex, handelt es sich bei den gefundenen chemischen Substanzen, darunter Bornylchlorid, um Konservierungsmittel in einer geringeren Dosis als in dem Kaffee, den sie trinken. In einer internen Korrespondenz heißt es, in den meisten Fällen waren nur Spuren erkennbar in Teilen pro Milliarde so niedrig wie 1 bis 2 ppb vorhanden. Die Abkürzung ppb steht für Parts per Billion, Teile einer Milliarde. Ballistik Unterschiedliche Analysen gab es auch bei den ballistischen Untersuchungen, die sich auf zwei Gasflaschen Zylinder bezogen, die angeblich aus der Luft auf zwei verschiedene Wohnhäuser abgeworfen worden sein sollen. Aus diesen sollte Chlorgas ausgeströmt sein, das insgesamt 43 Menschen tötete. Die Untersuchungen hätten aber ergeben, dass die Zylinder nicht die Quelle von möglicherweise ausgetretenem Gas gewesen sein könnten, so die Quelle. Ian Henderson, Mitglied des Duma-Untersuchungsteams, hatte bereits im Mai 2019 einen Bericht Technische Bewertung in Umlauf gebracht, nachdem seine abweichende Meinung von der offiziellen Darstellung im Abschlussbericht nicht berücksichtigt worden war. Henderson kommt in dem 15-seitigen Bericht zu dem Schluss, dass die Beobachtungen der Situation an den beiden Orten zusammen mit der anschließenden Analyse darauf hinweisen, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass beide Zylinder per Hand an den beiden Orten abgelegt wurden, als dass sie von einem Flugzeug abgeworfen wurden. Henderson hatte seinen Bericht innerhalb der OPCW in Umlauf gebracht und damit gegen interne Regeln verstoßen. Zwar geht aus dem internen E-Mail-Verkehr hervor, dass umgehend die Löschung des Berichts und aller damit verbundenen E-Mails angeordnet wurden? Dennoch gelangte der Bericht an die Öffentlichkeit. Gegen Henderson wurde eine Untersuchung eingeleitet. Von den internationalen Leitmedien wurde der abweichende ballistische Bericht verschwiegen. Die OPCW gab keine Erklärung dazu ab. Die Toten, die am 7. und 8. April 2018 in verschiedenen Handyaufnahmen in einem der beiden Häuser zu sehen waren, können nicht an Chlorgas gestorben sein, so die Quelle Alex. Alle Leichen hätten Schaum vor dem Mund gehabt, Chlor allerdings gelange in die Lungen und zerstöre das Gewebe von innen, Schaum werde nicht produziert. In einer abweichenden Stellungnahme zu dem offiziellen Zwischenbericht heißt es, Symptome wurden beobachtet, die mit der Einwirkung von Chlor nicht übereinstimmen. Auch gäbe es keine anderen offensichtlichen Kandidaten unter Chemikalien, die solche Symptome produzieren. Die Untersuchung des Duma-Teams habe ergeben, so die Quelle Alex, dass diese Menschen a. durch in höchstem Maße giftige Chemikalien ums Leben gekommen seien oder b. durch nicht-chemische Stoffe. Dafür hätte es eine gesonderte Untersuchung der Leichen geben müssen. Da diese aber bereits bei der Ankunft des Untersuchungsteams an einem unbekannten Ort beerdigt worden und vermutlich im Stadium der Verwesung waren, habe man keine weitergehenden Untersuchungen vornehmen können. Augenzeugenberichte Im Mai 2018 wurden 39 Augenzeugen befragt, 13 in Damaskus, 26 in einem Land X, in das ein separates Befragungsteam reiste. 13 erklärten, es habe keinen Angriff mit Chemiewaffen gegeben, die anderen 26 behaupteten das Gegenteil. Einige gaben an, selbst Opfer von dem Angriff gewesen zu sein. Die Minderheitenmeinung, wonach es keinen Angriff mit Chemiewaffen gegeben habe, sei in dem Abschlussbericht nicht gleichberechtigt gewürdigt worden. Die Ereignisse nach der Duma-Untersuchung Besonders irritierend stellten sich die Ereignisse dar, die von der Quelle Alex für die Zeit nach Rückkehr des Duma-Untersuchungsteams aus Syrien beschrieben wurde. Das Team sei von Untersuchungen ausgegrenzt worden, offensichtlich sei parallel an einem anderen Zwischenbericht gearbeitet worden. Als dieser kurz vor der Veröffentlichung dem Team zugänglich wurde, wurde eine Diskussion darüber erst auf die lange Bank geschoben, dann verhindert. Anhand gezeigter E-Mail-Kommunikation wurde deutlich, mit welcher Ernsthaftigkeit die Quelle Alex und auch Ian Henderson versuchten, ihre abweichenden Beobachtungen einzubringen. Ihre Argumente, Analysen und Untersuchungsergebnisse wurden ignoriert. Gemeinsame Diskussionen des Duma-Untersuchungsteams wurden in Aussicht gestellt, fanden aber nicht statt. Schließlich wurde massiver Druck eines namentlich nicht genannten Vertragsstaates deutlich, der dem ursprünglichen Duma-Untersuchungsteam eine eigene Rekonstruktion des Kloangriffs in Duma vorlegte. Intern hieß es, der Bericht müsse die Politiker zufriedenstellen. Fazit Das Forum in Brüssel zeigte sich nach dem Vortrag der Quelle Alex alarmiert und beunruhigt über die unakzeptable Vorgehensweise, die bei der Untersuchung des angeblichen chemischen Angriffs in Duma östlich der syrischen Hauptstadt Damaskus am 7. April 2018 aufgetreten ist. Man sei nach dem Gehörten überzeugt, dass zentrale Informationen über chemische Analysen, toxikologische Untersuchungen, ballistische Studien und Zeugenaussagen unterdrückt wurden, um scheinbar eine vorbestimmte Schlussfolgerung zu begünstigen. Das Forum forderte in seiner Erklärung, allen Inspektoren, die an der Duma-Untersuchung teilgenommen haben, zu ermöglichen, dass sie sich zu Wort melden und ihre abweichenden Beobachtungen in einem angemessenen Forum der Vertragsstaaten der Chemiewaffenkonvention vorzutragen. Das entspricht dem Geist der Konvention. Sie sollten die Möglichkeit haben, ihre Erkenntnisse ohne Angst vor Repressalien oder Zensur vorzutragen. Die Duma-Untersuchung solle wieder aufgenommen werden, um zu klären, was tatsächlich geschehen ist. Das würde dazu beitragen, die Glaubwürdigkeit der OPCW wiederherzustellen und es würde seine legal verankerte Verpflichtung für Transparenz, Unparteilichkeit und Unabhängigkeit dokumentieren. Unterzeichnet wurde die Erklärung auch von José Bustani, der aus gesundheitlichen Gründen an dem Treffen nicht teilnehmen konnte. Der Brasilianer Bustani, ehemaliger Botschafter in Großbritannien und Frankreich seines Landes, war der erste Generaldirektor der OPCW, die er seit ihrer Gründung 1997 bis 2002 leitete. Dann musste er unter dem direkten Druck der damaligen US-Administration von George W. Bush vor dem Irakkrieg gehen. Dabei drohte ihm der damalige UN-Botschafter der USA, John Bolton, der im Auftrag des damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney Bustani in Den Haag aufsuchte. Cheney will dich loswerden. Du hast 24 Stunden, um die Organisation zu verlassen. Wenn du nicht der Entscheidung Washingtons folgst, haben wir Möglichkeiten. Wir wissen, wo deine Kinder wohnen. Seine zwei Söhne lebten damals in New York. Finanziert wird die OPCW von den Vertragsstaaten, die, angelehnt an die Struktur der Vereinten Nationen Beiträge bezahlen. Die USA sind mit 22 Prozent der größte Geldgeber. Japan zahlt 19,5 Prozent und Deutschland 10 Prozent des Jahresbudgets, das bei rund 60 Millionen Euro liegt. Bis 2021 ist Deutschland Mitglied im Exekutivrat der OPCW, einem der höchsten Gremien. Das regelwidrige, unethische, betrügerische Verhalten gegenüber den Inspektoren des Duma-Untersuchungsteams, das den angeblichen Chemiewaffenangriff in Duma-Syrien untersucht hat, dürfte auch der deutschen Vertretung nicht verborgen geblieben sein. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.